Campus im Stift Neuzelle in 120 Sekunden. Hier vereinen sich modernes Lernen und faszinierende Historie. Malerisch gelegen und das nur eine Stunde von Berlin entfernt. Im 13. Jahrhundert, ursprünglich als Klosteranlage erbaut, erfüllen heute rund 600 Schülerinnen und Schüler der RAN Education das über 5000 Quadratmeter große Gelände mitleben. Vielfarbig, international, innovativ. Ein Leuchtturm im östlichen Brandenburg. In dem barocken Ensemble ist die digitale Bildungswelt zu Hause. Da ist auch ein Unterricht bis nach Ägypten kein Problem. Smartboards und ein flächendeckendes WLAN zählen hier zur Grundausstattung. Menschen stärken, Horizonte erweitern. Über 90 Internatsplätze stehen hier zur Verfügung. Intensive Betreuung ausschließlich durch staatlich geprüfte Erzieherinnen und Erzieher, hochwertige Ausstattung, zahlreiche Freizeitangebote und natürlich die nötige Ruhe. Die besten Voraussetzungen für die schulische und persönliche Entwicklung der Schülerinnen und Schüler. Musik liegt in der Luft. Mit musikalischer, künstlerischer Pädagogik und sprachlicher Vielfalt gestalten die Jugendlichen heute ihren Weg in eine offene, verantwortungsbewusste Gesellschaft. Auf gutes Deutsch wird hier großen Wert gelegt, sowie auf weitere sechs Sprachen. Wie wäre es mit Spanisch oder Französisch? Denken ohne Grenzen, Lernen ohne Barrieren. Erfolg in einer globalisierten Welt erfordert eine große Bereitschaft, geografische wie kulturelle Grenzen zu überschreiten. Ein gelebtes Beispiel ist die deutsch-polnische Bildungsbrücke zwischen Neuzelle und Giolona Gura. Schutz von Privatsphäre und Gesundheit sind hier keine leeren Versprechen. Und was kommt nach der Schule? Hier werden die besten Voraussetzungen für einen internationalen Studienweg gelegt, ob mit dem deutschen Abitur oder dem international anerkannten IB. Kommt nach Neuzelle und die Welt steht euch offen. Kommt nach Neuzelle und die Welt steht euch offen.